Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast Folge 14 am 28. Februar 2018. Und es begrüßen Sie am Mikrofon wieder Corinna Budras und Konstantin van Leijten. Herzlich willkommen. Ja, wir stürzen uns gleich in die Themen, beziehungsweise stürzen wir uns erstmal in die Themen, die wir heute nicht in der Sendung besprechen werden. Ja, es ist nämlich so viel passiert in der Woche, dass wir nicht alles unterbringen, wenn das hier nicht zwei Stunden dauern soll. Und ganz so lange wollt ihr uns vielleicht auch nicht zuhören. Das macht aber auch gar nichts. Denn, wie ihr ja schon wisst und wir schon verschiedentlich erwähnt haben, finden sich alle wichtigen Ereignisse der Woche auch auf Einspruch unserem Online-Magazin für Juristen und juristisch interessierte Menschen. Und wir dachten uns, nachdem wir das ja hier schon etliche Male angepriesen haben, wollt ihr vielleicht auch einfach mal so einen Blick reinwerfen, ohne das direkt abonnieren zu müssen. Genau, denn sonst ist es eigentlich ein kostenpflichtiges Angebot. Für Studenten übrigens fünf Euro, also auch nicht die Welt. Aber jetzt mal für einen kostenlosen Blick. Genau, probeweise könnt ihr da jetzt mal gratis reinschauen in die Ausgabe vom heutigen Tag. Darin erwarten euch, ich glaube, um die 30 Themen, unter anderem beispielsweise die, wie ich finde, sehr interessante Nachricht, dass ein Bundesland jetzt Rechtsreferendare wieder verbeamten will, nachdem das ja bundesweit abgeschafft worden ist. Ebenso eine Besprechung einer BGH-Entscheidung, die das Recht auf Vergessenwerden betrifft und die Reaktion des DFB-Präsidenten auf die Entscheidung, wonach Vereine die Kosten von Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen tragen müssen. Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl, aber das sind mal so drei Dinge, die euch da unter anderem erwarten. So, wie geht das jetzt? Ziemlich einfach eigentlich. Ihr geht in den App Store eurer Wahl, wahlweise iOS oder eben Google Play, und sucht da nach Einspruch. Dann findet ihr die App, dann ladet ihr sie runter. Dann öffnet ihr die App und geht auf die Ausgabe vom 28.02. Also, wenn ihr das heute noch tut, dann ist das sowieso die erste Ausgabe, die ihr seht. Wenn ihr es irgendwie im Laufe der Woche macht, dann müsst ihr ein bisschen zurückgehen in der Chronik und klickt auf diese Ausgabe kaufen. Dann öffnet sich so ein kleines Fensterchen, da klickt ihr auf anmelden, und dann gibt es da so ein Textfeld mit dem Titel Aktivierungscode einlösen. Und in dieses Textfeld gebt ihr jetzt den wahnsinnig intuitiven und total leicht zu merkenden Aktivierungscode ein, der folgendermaßen lautet, FN3RFT9W. So, weil sich das natürlich kein Mensch merken kann, werden wir das in die Shownotes packen. Den tragt ihr da also ein, klickt auf aktivieren, dann könnt ihr die Ausgabe lesen und euch mal einen Eindruck davon machen, wie das eigentlich alles so aussieht. Und wenn ihr dann anschließend feststellen solltet, woran ich überhaupt keinen Zweifel habe, dass ihr jetzt nicht mehr ohne leben könnt, dann könnt ihr auf FAZEinspruch.de gehen und dort alle Infos zu unserem Produkt finden und das gerne abonnieren. So, soviel. Jetzt kommen wir zu den Themen, die wir tatsächlich besprechen. Auch die sind ja eigentlich größtenteils bei FAZEinspruch zu finden. Konstantin, was erwartet uns denn heute? Ja, vier Themen sollen es mal wieder sein. Als erstes natürlich, das dürfte an niemandem vorbeigegangen sein, die Entscheidung zu den Fahrverboten. Wir hatten ja in der letzten Folge schon so einen Vorausblick gegeben. Die Entscheidung kam dann nicht, wie von uns eigentlich erwartet, am Mittwoch, sondern erst jetzt in dieser Woche, gestern nämlich. Und ja, wir schauen uns mal an, was das jetzt eigentlich bedeutet und wo und ab wann Fahrverbote tatsächlich in Kraft treten werden. Anschließend kommen wir zu einem Fall, der mir persönlich wieder einmal anders zu einer Wutrede geben wird über das, wie ich finde, in diesem Punkt moralisierende, paternalisierende und einfach wahnsinnig ungerechte Strafrecht. Es geht um den Stückelmörder, ja. Richtig krankes Thema. Jemand, der jemand anderes auf seinen Wunsch hin allerdings ermordet und geschlachtet förmlich hat und dafür jetzt lebenslang in Haft muss, völlig zu Unrecht, wie ich finde. So, dann kommen wir zum Bundesverfassungsgericht, welches gestern entschieden hat, dass die Bundesbildungsministerin Johanna Wanker ihre Pflicht zur parteipolitischen Neutralität verletzte, als sie eine Pressemitteilung gegen die AfD veröffentlicht hat 2015. Und zu guter Letzt geht es dann noch um ein Thema, das vielleicht für einige von euch, insbesondere die Rechtsanwälte vielleicht oder auch die sonst wie freiberuflich tätigen Menschen, ganz praktisch interessieren dürfte, nämlich um eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Dagegen ist es um die Frage, ob es eigentlich in Ordnung ist, dass man sechs Prozent Steuern abdrücken muss. Sechs Prozent. Sechs Prozent, tatsächlich. Wenn man mit seinen Zahlungen ins Finanzamt ins Hintertreffen gerät, da kann man sich ja durchaus die Frage stellen, angesichts der Tatsache, dass man auf keinem Girokonto mehr als Nullkammer irgendwas kriegt, ob das eigentlich in Ordnung ist, dass der Staat da irgendwie mit satten sechs Prozent zuschlägt. Das also sind die Themen der Woche. Zum Abschluss gibt es wie üblich das gerechte Urteil. Und jetzt kommen wir also erst mal zu den Fahrverboten. Genau. Was ist passiert? Gestern also das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, das zum ersten Mal festgestellt hat, dass Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind. So grundsätzlich war es eben. Also für diejenigen, die das wundert, es gibt eben im Moment keinerlei gesetzliche Grundlage für solche Fahrverbote. Das müsste normalerweise eben in der Plakettenverordnung festgeschrieben sein. Da sind aber im Moment nur die bekannten roten, gelben und grünen Plaketten zu sehen, die eben die Feinstaubverbote regeln, aber eben keine blaue Plakette. Und diese blaue Plakette richtet sich insbesondere an Dieselfahrer, die eben besonders viele Stickoxide ausstoßen. Übrigens nicht die Dieselfahrer als solche, sondern natürlich ihre Fahrzeuge. So und es war eben lange Zeit strittig, ob deswegen Fahrverbote in Deutschland verhängt werden können. Da gab es letzte Woche die mündliche Verhandlung. Im Vorgriff dazu haben wir ja bereits die letzte Sendung bestritten und auch viel Grundsätzliches geklärt. Und nun wartete jeder auf dieses Urteil. Das kam aber am vergangenen Donnerstag nicht, sondern der Richter hat das vertagt auf gestern. Es munkelten viele, ob es vielleicht sogar eine Vorlage zum EuGH werden wird, weil es ja tatsächlich auch um veritable europarechtliche Fragen geht. Aber er hat jetzt nun selbst sich ein Herz genommen und der Senat hat dann eben endgültig entschieden und eben die Fahrverbote für zulässig erklärt. Und nun geht der Ball zurück an den Gesetzgeber, den Bundesgesetzgeber und die Bundesländer und Kommunen. Denn nun muss entschieden werden, wie die Fahrverbote längerfristig durchgesetzt werden. Es ist natürlich das Sinnvollste, das über eine blaue Plakette zu machen, weil dann natürlich am einfachsten nachgeprüft werden kann, welches Auto in die Innenstadt fahren darf oder in die bestimmten Zonen und welches nicht. Da gibt es in der Tat jetzt noch eine Meinungsverschiedenheit in der Bundesregierung. Die sind sich herzlich uneins darüber, wie man das nun machen kann. Das Bundesverkehrsministerium unter den geschäftsführenden Minister Herrn Schmidt sagt ganz klar, keine blaue Plakette, Klammer auf. Dann ist eben auch gänzlich unklar, wie das überhaupt überprüft werden soll, Klammer zu. Und dann haben wir die Bundesumweltministerin, Frau Henriks, die sich schon dafür bereit erklärte und dann aber auch sagte, Fahrverbote müssen die Ausnahme bleiben. Ja, das ist so eine etwas paradoxe Situation, denn die Kommunen sind diejenigen, die es im Einzelfall die Fahrverbote verhängen und durchsetzen müssen, denn es sind ja nur einzelne Ballungsgebiete betroffen, also nur in einzelnen Ballungsgebieten liegen die Luftverschmutzungswerte so hoch, dass Fahrverbote nötig sein könnten. Aber den Rahmen, also beispielsweise die Einführung einer bundesweit dann am Fahrzeug anzubringenden blauen Plakette, den müsste halt der Bundesgesetzgeber schaffen. Und der sagt, nein, alles Teufelszeug, also zumindest das Verkehrsministerium sagt das, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und deshalb schaffen wir quasi einfach nicht die praktischen Möglichkeiten dafür. Neben einer blauen Plakette stellt sich auch noch die Frage nach solchen Dingen, wie zum Beispiel Verkehrsschildern. Ja, die sind ja auch, kann man ja nicht einfach irgendwie nach Belieben drucken, sondern es ist halt auch gesetzlich geregelt, welche Verkehrsschilder es gibt und quasi ein eigenes Verkehrsschild für zum Beispiel eine Umweltzone, in der dann eben bestimmte Dieselfahrzeuge nicht fahren dürfen, müsste man auch erst mal so ins Gesetz schreiben. Das wird sich zeigen, wie das jetzt genau praktisch abläuft. Hamburg hat ja als erste Stadt schon angekündigt, jetzt sehr, sehr zeitnah tatsächlich dann auch Fahrverbote einführen zu wollen. Genau, die haben das schon in ihrem Luftreinhalteplan im vergangenen Juni eingebaut und haben diese Möglichkeit geschaffen. Wie gesagt, da noch in einem, ja, bisschen rechts, rechtlichen Graubereich und sind jetzt einfach auch entschlossen, das im April schon zu vollziehen und dann natürlich auf eher umständlichen Art und Weise dann zu überprüfen. Also das hieße dann tatsächlich, wenn es die blaue Plakette bis dahin nicht gibt, wonach es aussieht, dass dann die Polizei im Zweifel Stichprungen machen müsste und die Autofahrer rechts ranwinken müsste, um zu überprüfen, ob sie hier überhaupt fahren dürfen. Genau, also die können das Kennzeichen quasi sich anschauen, dann beim Kraftfahrtbundesamt anrufen, da sind die ja alle notiert und die können dann abgleichen, okay, was ist das denn für ein Fahrzeugmodell, was hat das für eine Schadstoffklasse, so, aber das ist natürlich super umständlich, man kann die Leute ranwinken oder man kann es natürlich auch bei parkenden Fahrzeugen machen, wer da steht, der ist ja offensichtlich auch da reingefahren. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Was das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls gestern auch betont hat, war, dass es schon sehr wichtig sei, bei der Verhängung von Fahrverboten auf die Verhältnismäßigkeit ganz genau zu schauen, das gilt ja zwar beim Verwaltungsrecht generell, aber hier hat man das nochmal besonders rausgestellt, denn Ausnahmen müsste es geben für bestimmte Personengruppen, wer ist da so betroffen? Genau, das müssten zum Beispiel diejenigen sein, wie Handwerker, die einfach aus beruflichen Gründen in der Stadt mobil sein müssen, zu ihren Kunden fahren müssen und Dinge anliefern müssen, vielleicht Pizza-Fahrer, die sind jetzt auch immer wieder im Gespräch, müssten tatsächlich, ihnen müsste erlaubt sein. Dann haben wir natürlich große Fahrzeuge, wie Feuerwehren, Fahrzeuge oder auch Busse, die dann wahrscheinlich... Genau, auch der öffentliche Nahverkehr läuft ja auf Diesel und ist durchaus nicht durchweg Euro 6, aber den will man natürlich damit jetzt nicht zu Fall bringen, denn das wäre ja sehr kontraproduktiv, im Ergebnis, wenn die Leute dann dafür alle auf ihre Autos umsatteln. Richtig, aber da sind so die Kommunen natürlich auch schon seit längerer Zeit dabei, die Flotten umzustellen, aber das dauert natürlich. Das ist natürlich auch ein Riesen-Kosten-Problem und das geht natürlich nicht Knall auf Fall. Also wie gesagt, Hamburg ist jetzt vorgeprescht, Stuttgart hat gesagt, das wird nichts vor Herbst und jetzt wird man langsam sukzessive sehen, was die anderen Kommunen dann eben machen. Weden betrifft das alles? Vielleicht, um das auch nochmal klarzustellen, im Grundsatz alle Dieselfahrzeuge, die keinen Euro 6, also die neuste Abgasnorm erfüllen. Also diese Euro 5 und... Drunter. Drunter, wobei es für den Euro 5 folgende Besonderheit gibt, da hat eben das Bundesverwaltungsgericht explizit festgestellt, weil es sich da um besonders neue Fahrzeuge handelt, die noch eine Übergangsfrist bekommen bis September 2019, also noch gut anderthalb Jahre, die sie eben bedenkenlos gefahren werden können, aber auch dann müssen diese Fahrzeuge damit rechnen, die Halter dieser Fahrzeuge, dass sie die dann in bestimmten Regionen zumindest nicht nutzen können. Das ist deswegen relevant, weil Euro 5 tatsächlich für Autos gilt, die bis 2014 gebaut wurden. Das heißt, die sind auch also noch nicht mal drei oder beziehungsweise vier Jahre alt mitunter. Und da ist natürlich so eine drastische Einschränkung schon ein bisschen härter und schwerer nachzuvollziehen als für Autos, die 18 Jahre alt sind. Als wenn man jetzt einen klapprigen alten Klepper da hat. Übrigens, falls es euch interessieren sollte, ob eure Stadt dann von solchen Fahrverboten in der Zukunft möglicherweise betroffen sein wird, es gibt eine ganz schöne Karte vom Kafferbundesamt, die packen wir euch in die Shownotes. Da ist so farblich markiert, wo die Grenzwerte momentan klar überschritten werden und wo es gerade so im Grenzbereich liegt. Und ja, im Grunde genommen überall dort, wo sie klar überschritten werden, wird schon geklagt oder wird bald geklagt werden durch die Deutsche Umwelthilfe, falls die Städte nicht sowieso von sich aus tätig werden. Und dann wird man sehen. Man kann sich natürlich perspektivisch auch vorstellen, dass das jetzt wirklich einen wahnsinnigen Impuls liefert, über alternative Verkehrskonzepte nachzudenken, über andere Möglichkeiten nachzudenken, wie man diese Fahrverbote umgehen oder möglichst schnell wieder loswerden kann. Denn das ist natürlich richtig bitter für die Leute. Das ist wirklich echt unschön, wenn du irgendwie vor drei, vier Jahren ein Auto gekauft hast, darauf angewiesen bist als Pendler möglicherweise und jetzt dann bald nicht mehr in die Innenstadt fahren darfst. Wie ist das eigentlich so für die Betroffenen? Können die irgendwas machen? Ja, es ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, ja auch wirklich viele betroffen sind. Wir haben eben kurz schon über die Ausnahmen gesprochen. Das kann natürlich wirklich nur Einzelfälle sein, denn sonst wird dieses ganze Verbot als Art Absurdum geführt. Also natürlich insbesondere die Pendler, die du jetzt gerade angesprochen hast, die werden da erhebliche Probleme haben und für die wird es wahrscheinlich dann keine Lösung geben. Das heißt, sie müssen mit einem ganz dramatischen Wertverfall ihres Wagens kämpfen. Und jetzt bringen sich natürlich diverse Kanzleien, Anwaltskanzleien schon in Stellung und springen den armen Dieselbesitzern beiseite, um vielleicht auch nochmal die Dimension klarzumachen. Also Schätzungen zufolge sind das tatsächlich zehn Millionen Fahrzeuge, die vom Prinzip betroffen werden, also die keine blaue Plakette bekommen würden, mit der sie dann überall fahren durften. Das heißt natürlich, wenn man auf dem Land lebt, ist das natürlich kein Problem. Dann, wenn man niemals in die Stuttgarter Innenstadt fahren möchte, dann wird man da keine Veränderung spüren. Aber, wie gesagt, für die, für den Teil der zehn Millionen Fahrzeuge, die das regelmäßig für Innenstädte nützen, wird es eben eine drastische Einschränkung geben. So, und diese Anwaltskanzleien sagen jetzt, dann sollen ja die Autohersteller haften und womöglich für Wertverfall Schadensersatz zahlen. Das hofft auch so ein bisschen die Deutsche Umwelthilfe, die eben sagt, na ja, jetzt erhöht sich der Druck, auf die Autohersteller tatsächlich nachzurüsten. Aber siehst du das denn, dass so ein Anspruch bestehen könnte auf Seiten der Käufer? Ich finde, das wird wirklich sehr schwer. Ja, also da haben es die Dieselfahrzeuge noch am einfachsten, weil bei, Entschuldigung, Dieselfahrzeuge, richtig, nebenbei Volkswagen letztendlich, weil da schwebt ja immer noch der Manipulationsvorwurf im Raum. Also da hatten wir ja, wie gesagt, seit 2015 leben wir jetzt in der Gewissheit, dass viele von den Dieselfahrzeugen, die von VW ausgeliefert wurden, manipuliert wurden. Da gab es ja dann eben auch schon Software-Updates. Aber es gibt eben noch nicht besonders viele Klagen, also gemessen zumindest an der Gruppe von Geschädigten, die es gibt. Also man redet immer von 2,5, 2,8 Millionen Dieselfahrzeugen, die von diesen Manipulationen betroffen sein sollen. Und davon klagen im Moment nur ein Bruchteil, muss man sagen. Also in diesen Musterverfahren, die jetzt ja insbesondere die Kanzlei Hausfeld angestrengt hat. Das sind dann 15.000, glaube ich. Es kommen vielleicht noch mal ein paar Tausend noch hinzu. Und dann gibt es natürlich andere Kanzleien, die da auch klagen. Und da ist im Moment ein sehr desperates Bild. Also es gibt eben tatsächlich schon erfolgreiche Klagen, wo sich die Kläger auch durchsetzen und sozusagen ihren Wagen zurückgeben wollen. Und das wird dann auch meistens bis zum Bundesgerichtshof hat es noch keiner geschafft, weil sich dann Volkswagen im Zweifel auch lieber vergleicht oder das sozusagen dann schnuckt. Und dann gibt es eben Kanzleien, die behaupten, sie haben schon tatsächlich mehrere hundert Urteile für Geschädigte durchgesetzt, die ihr Fahrzeug ohne Wertverlust zurückgeben konnten. Das konnte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht überprüfen. Das müssen wir jetzt denen einfach mal so glauben. Und es ist zumindest in Sachen Volkswagen ja auch gewiss nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber ein Auto habe von BMW oder Daimler, wo definitiv noch keine Manipulationen nachgewiesen werden konnten, dann wird das natürlich schwieriger, dann in irgendeiner Art und Weise Schadensersatz zu fordern vor Gericht. Und das wird eigentlich, da sehe ich nicht besonders viel. Sehe ich nicht. Also wenn du das Auto halt gekauft hast als Euro 4, Euro 5, was auch immer. Und es ist halt Euro 4, Euro 5. Und jetzt beschließt der Gesetzgeber ein paar Jahre später, Euro 4, Euro 5 darf aber nicht mehr in Innenstädten fahren. Dann ist das wahrscheinlich einfach Pech. Also höchstens könnte man jetzt so nachdenken über Dinge wie Wegfall der Geschäftsgrundlage. Aber das sehe ich ehrlich gesagt eher nicht. Da hat man ja auch verschiedene Parallelfälle. Also wenn du ein Haus gekauft hast und dann wird eine S-Bahn-Trasse erweitert oder neu gebaut oder so, dann hast du natürlich auch mit einem Wertverfall zu kämpfen. Und das ist dann einfach so. Also letztendlich, wie gesagt, der Druck auf die Autohersteller, wie groß der nun tatsächlich sein wird, da Nachrüstung zu liefern und die vor allen Dingen selber zu bezahlen. Das ist ja sozusagen immer der Clou. Bin ich auch skeptisch, inwieweit das tatsächlich gelingen wird. Es gibt übrigens noch ein Kniff, das am Rande, was ich jetzt von mehreren Kanzleien gehört habe, die eben dazu raten, im Zweifel die Autokredite zu kündigen. Also wenn man ein Auto auf Kredit finanziert, gerade gekauft hat, das Euro 4 oder Euro 5 ist beispielsweise, sich davon gerne lösen möchte, dann könnte man das versuchen. Und zwar wie? Ja, das läuft dann eben über diesen Widerrufs-Joker. Den kennt man auch aus anderen Konstellationen. Also das hat mit dem Abgasskandal und auch mit Fahrverboten überhaupt nichts zu tun. Da geht es einfach um unzulässig formulierte oder falsch formulierte Widerrufsklauseln. Normalerweise kann man ja einen Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen nur kündigen. Und danach gilt er eben dann bis zum Abschluss. Aber wenn diese Klausel fehlerhaft ist, dann fällt sie ganz weg und dann kann sie faktisch jederzeit gekündigt werden. Und über diesen Hebel raten zumindest einige Kanzleien, könne man es auch versuchen. Da ist dann die Konstellation eben so, dass das verbundene Verträge sind. Also der Autokauf hängt unmittelbar zusammen mit dem Autokredit. Und wenn das eine fällt, fällt sozusagen auch das andere. Wenn man das Glück hat, dass tatsächlich die Widerrufsbelehrung eben fehlerhaft formuliert ist und man deshalb da noch lange Zeit nach Vertragsabschluss wieder rauskommen kann, dann ist das natürlich vielleicht ein ganz willkommener Exit für Dieselkäufer, die jetzt denken, oh je, was habe ich getan. Also zu diesem Thema, wir merken, es ist noch viel im Fluss. Wir müssen jetzt sehen, ob sich die Bundesregierung dazu durchringen kann, eine einheitliche Linie zu fahren, welche Kommunen jetzt tatsächlich mit den Fahrverboten kommen. Und dann wird es eben auch spannend sein, zu sehen, was die Autobesitzer tatsächlich machen können, um sich gegen diesen Wertverlust zu wappnen beziehungsweise den noch irgendwie anderen Leuten aufs Auge zu drücken, insbesondere der Automobilindustrie. So, und von diesem ganz großen Thema kommen wir jetzt ins ganz Kleine, was unmittelbar so gut wie niemanden betreffen, aber wohl doch viele interessieren dürfte. Ein wirklich bizarrer Fall. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt hier so eine Jugendschutzwarnung voranstellen muss oder so, aber es geht auf jeden Fall um Sex und Gewalt und nicht mal so Fifty Shades of Grey-mäßig, sondern noch einige Stufen krasser. Was ist vorgefallen? Ein ehemaliger Mitarbeiter des Landeskriminalamts hat irgendwann festgestellt, dass er so sadomasochistische Neigungen hat. Hat dann angefangen, ist in diese Szene eingetaucht, hat da seine Erfahrungen gemacht, hat irgendwann so einen Raum angemietet und den zu so einem SM-Studio ausgebaut. Naja, so weit, so gut alles. Dann hat er aber leider auch festgestellt, dass sein eigentlicher Fetig darin besteht, Leute umzubringen und nach Möglichkeit aufzuessen. Man kennt das. Der Kannibale von Rothenburg. Genau, das war dieser ganz spektakuläre Fall vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren inzwischen oder so. Es ist echt schon eine ganze Weile her. Aber übrigens interessanterweise, dieser Fall hier hat nichts unter so einem schlagkräftigen Titel. Der Stückelmörder wurde er genannt. Es ist auch übrigens nicht ganz klar, ob er dann sein Opfer tatsächlich gegessen hat. Ich glaube nicht, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall hat er dann also in einem einschlägigen Internetforum quasi sowas wie ein Inserat aufgegeben und eben geschrieben, ich habe hier diese folgende Fantasie. Ich suche Leute, die quasi sozusagen die umgekehrt dazu passende Fantasie haben, dass sie nämlich gerne von mir geschlachtet werden wollen. Dann hat sich auch tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber so ist es, ein 30-Jähriger zunächst bei ihm gemeldet. Mit dem hat er sich dann mehrfach getroffen und die haben darüber geredet und so weiter. Und er, der Stückelmörder, hat dann aber das abgelehnt. In dem Fall hat er gesagt, nee, 30 ist zu jung zum Sterben. Und hat dann weitergesucht und einige Zeit später meldete sich ein 59-jähriger Geschäftsmann bei ihm. Auch mit dem hat er sich wiederum etliche Male getroffen, das alles ausführlich besprochen und so weiter. Und tatsächlich war es sogar so, dass er selbst also echt noch auch immer wieder Zweifel geäußert hatte und Hemmungen hatte natürlich vor dieser wahnsinnigen Grenzüberschreitung. Also eine krassere kann man sich ja wirklich praktisch nicht vorstellen. Und sein schwereres Opfer ihn also aber förmlich dazu gedrängt oder jedenfalls immer wieder überredet hat und meinte, doch, ich will das. Genau das ist halt irgendwie meine Vorstellung. Und er dachte dann von einem vollkommenen Tod und irgendwie größter Geilheit und meinte dann noch so nach seinem Tod noch im Nimbus zu schweben und das alles noch zu sehen, was da mit seinem Körper passieren würde und sich darüber gewaltig zu freuen. So, und dann haben sie es also tatsächlich folgendermaßen zu Werke gebracht, dass er denjenigen erhängt hat mit so einer Seilwende und dann eben anschließend in Einzelteile zerlegt. Das ist wirklich natürlich ein bestürzender Fall, aber eben auch einer, der juristisch hochinteressant ist, darf man das in diesem Zusammenhang sagen? Ja, muss man so sagen. Würde ich schon sagen, ne? Jetzt kann man sich der Sache ja mal irgendwie ganz einfach nähern. Normalerweise, also ganz offenkundig, haben wir hier eine Einwilligung, was auch wichtig zu erwähnen ist, der, sein Opfer war nicht psychisch krank. Also natürlich kann man sagen, in einem gewissen Sinn ist das irgendwie krank, diesen Wunsch zu verspüren, aber das ist ja nicht der Maßstab für eine psychische Krankheit, die Einwilligungsfähigkeit ausschließen würde, sondern da geht es einfach darum, hat er begriffen, was passieren würde? War ihm klar, wenn ich das hier durchziehe, dann bin ich tot, hat er verstanden, was es heißt, tot zu sein und so weiter. So, und das war ganz klar gegeben. Der war in diesem Sinne psychisch völlig gesund und hat das genau überblickt und wollte das so haben. Genau, und da ist eben so die Frage, ob der Täter als solcher tatsächlich strafrechtlich belangt werden muss, ja, ob das, ob und welche Straftat sozusagen in Betracht kommt, um das sozusagen juristisch zu werten. Wie gesagt, eigentlich muss man ja sagen, das Opfer hat eingewilligt und man könnte sich auch im Standpunkt stellen, na gut, dann ist es kein Mord, dann muss er straffrei ausgehen. Aber tatsächlich gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ja, also man kann das ja mal ganz einfach nach Schema F durchprüfen, objektiver Tatbestand, was haben wir hier? Tötung eines anderen Menschen wäre erst mal Totschlag, haben wir auch ein Mordmerkmal? Ja, klar haben wir das, nämlich aus sexuellen Beweggründen, weil das ja eben für ihn irgendwie als anregend empfunden wurde. Damit wären wir jetzt also beim Mord. Dann kommen wir zur Rechtswidrigkeit, gucken Einwilligung, ja, haben wir eine Einwilligung in der Tat. So, und dann kommt aber der 228 StGB, der sagt, wer eine Körperverletzung und dann in der Folge auch eine Tötung mit Einwilligung der verletzenden Person vornimmt, handelt nur dann, Klammer auf, aber eben sehr wohl dann, Klammer zu, rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Und in dem Moment entfernt sich das Strafrecht ganz klar vom Individualrechtsgüterschutz. Ja, da geht es nicht mehr um den Schutz von Leib oder Leben des Betroffenen, sondern es geht, es steht ja wirklich buchstäblich drin, um den Schutz der guten Sitten, muss man eigentlich so sagen. Gerahmt in natürlich einem Tatbestand, der schon eigentlich im Normalfall Individualrechtsgüter schützt. So. Was übrigens auch keine ganz ungewöhnliche Konstellation ist, weil es gibt verschiedene Dinge, auf die man einfach als Mensch nicht verzichten kann. Man kann zum Beispiel auch nicht die Menschenwürde als solche sich selber sozusagen abstrafen. Derer begeben und eben genauso wenig kann man das, also was die eigentlich körperliche Unversehrtheit angeht, kann man es in gewissen Grenzen halt schon, aber eben auch nur innerhalb gewisser Grenzen. Und naja, also dass das hier jetzt natürlich ein Fall sein würde, wo die Gerichte sagen, das verstößt gegen die guten Sitten, das kann, glaube ich, keinen überraschen. Und was überrascht dich dann? Ja, dann überrascht mich aber noch Folgendes. Jetzt gibt es ja noch den 216 StGB-Tötung auf Verlangen. Ja, und da heißt es eben, wer vom Opfer zu der Tat bestimmt worden ist, wird bestraft mit, ich glaube, dann maximal fünf Jahren. Und da könnte man noch denken, na, ist doch ganz klar, dass er vom Opfer zur Tat bestimmt worden ist. Das hat sich auf seine Annonce hin gemeldet. Das hat ihn noch förmlich dazu gedrängt. Sagen die Gerichte aber nein, das geht auch nicht. Denn dann muss dieses Bestimmtwerden durch das Opfer das vorrangige Motiv für den Täter gewesen sein. Also beispielsweise dein, weiß ich nicht, Lebenspartner ist nach einem Unfall querschnittsgelähmt und bittet dich, weil er es selber nicht mehr kann, ihn irgendwie zu ersticken oder so. Also fürchtbares Bild. Aber ja, ne? Und sozusagen dann wäre dein vorrangiges Motiv tatsächlich, dass er dich darum bittet, weil er nicht mehr leben will. Wohingegen hier, dass zwar für den Täter schon auch wichtig war, dass das Opfer einverstanden war, aber sein vorrangiges Motiv war trotzdem, dass er selber das irgendwie anregend fand. Und deshalb keine Tötung auf Verlangen. So, damit sind wir dann tatsächlich beim Mord. Und jetzt kommt nochmal die letzte Umdrehung. Denn jetzt könnte man ja immer noch sagen, aber im Ernst, ja, lebenslang für jemand, der irgendwie dessen Opfer einverstanden war, so kann das sein. Dann gibt es ja noch die schöne Rechtsfolgenlösung. Auf Mord normalerweise fakultativ lebenslang, aber dann eben in Einzelfällen doch wieder nicht, hat der BGH so entwickelt, in Heimtücke-Konstellationen. Gerade dieses Mordmerkmal ist ja notorisch problematisch. Da gibt es viele Fälle, wo man sagt, das passt einfach nicht so richtig als Mord. Weil zum Beispiel viele Frauen davon betroffen sind, weil sie sich gegen zum Beispiel schlagende Ehemännern oft nur mit einer heimtückischen Situation eben wehren können, quasi aus dem Hinterhalt sozusagen. Und das feuert dann sozusagen zurück. Und diese Frauen werden in solchen Konstellationen dann als... Zwar wegen Mordes, aber nicht lebenslang verurteilt. Und jetzt hat die Vorinstanz gesagt, naja, also das scheint uns doch aber mal genau passend zu sein. Denn irgendwie, das wäre doch nun wirklich ein bisschen viel des Guten, den hier lebenslang wegzusperren. BGH sagt nein. Diese Rechtsfolgen... Also das hat er dann jetzt vergangene Woche entschieden. Diese Rechtsfolgenlösung ist eben nur in ganz extremen Ausnahmefällen anzuwenden. Und offensichtlich reicht die Einwilligung des Opfers nicht als solcher ganz extremer Ausnahmefall an. Das heißt, nach allen diesen diversen Pirouetten, die man da irgendwie drehen muss, durch die diversen Tatbestände, kommt man dann am Ende tatsächlich bei Mord und lebenslanger Freiheitsstrafe raus, die dieser Mensch jetzt verbüßen muss. Denn ich finde das einfach schreiend ungerecht. Du heisst da? Also nichts wird so restriktiv im Normalfall ausgelegt wie der Mord. Wirklich, da denken die Gerichte immer 15 Mal drüber nach, weil es heißt, ja, dann ist man halt bei diesem absoluten Strafmaß. Dann kann man nicht mehr feinjustieren über die Strafzumessung. Da kann man wirklich nur in ganz dollen Ausnahmefällen. Und wenn es so irgendeinen Fall auf Erden gibt, wo es doch wirklich unangebracht scheint, den Täter jetzt lebenslang wegzusperren, dann finde ich diesen. Und ich finde auch noch nicht mal, also... Was hättest du denn sozusagen als Folge gesehen? Ja, also als liberal denkender Mensch Freispruch. Freispruch, tatsächlich. Also da mag mancher schwer schlucken. Ja, ich schlucke schwer, Konstantin. Dass man sich irgendwie diese ganze Materie so richtig irgendwie abstoßend findet. Und ich natürlich auch. Aber es geht halt nicht darum, was einem subjektiv schmeckt oder gefällt. Wenn es danach ginge, dann wären die Gefängnisse echt voll. Ja, und es kann auch nicht um generalpräventive Gesichtspunkte gehen, denn es liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass dieser Mensch eine Gefahr für die Allgemeinheit wäre. Der ist ja nun wirklich skrupulös vorgegangen, hat sogar noch sein erstes potenzielles Opfer abgelehnt, weil er zu jung war, hat das mit dem Zweiten ewig besprochen und so weiter. Also nichts deutet darauf hin, dass der jetzt morgen irgendwelche Leute, die das nicht wollen, töten würde. Aber er wusste nun auch wirklich ganz genau, insbesondere als ehemaliger Polizist, was da für Rechtsfolgen drohen. Und es ist natürlich eins, seine Zwänge, seine Wünsche, wie auch immer man das formulieren möchte, auszuleben, leben zu wollen. Und auf der anderen Seite kann man eben auch in unserem Rechtsstaat nicht alles ausleben. Und da muss man eben da vielleicht auch mal irgendwo eine Grenze setzen. Und vielleicht ist diese Grenze, dass man anderen nicht auf ist, zerstückelt und auf ist, vielleicht eine ganz gute, auf die wir uns alle mal geeinigt haben. Und dann sollte es auch keine Ausnahmen geben. Naja, ich hatte an dieser Einigung keinen Teil. Und ich finde halt einfach immer irgendwie, die Freiheit des einen hört darauf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und hier hat man sich ja sozusagen genau auf eine Variante geeinigt, die eben nicht die Freiheit von irgendwem beschnitten hat, sondern gerade genau die Wünsche von beiden Seiten erfüllt. Und wie gesagt, Leute tun in ihren Schlafzimmern viele Dinge, die anderen Leuten als krank erscheinen mögen. Manchmal geht das auch durchaus mit nicht ganz unerheblichen Verletzungen einher. Das alles gutieren wir als irgendwie freiheitliche Gesellschaft. Und klar, man kann natürlich sagen, ja, aber dann, wenn einer tot ist, halt nicht mehr. So tut man es, so tut es der BGH. Ich sehe nicht wirklich, warum das so sein soll. Ist denn da nicht auch wirklich so ein bisschen ein Beweisproblem auch? Also jetzt könnte man, du stellst das so dar, als wäre das sozusagen alles... Hier war es ziemlich cut and dry tatsächlich. Also es gab Chatprotokolle, es gab auch Bekannte dieses Getöteten, die also auch bestätigt haben, dass er schon seit langer Zeit mit diesem Wunsch schwanger gegangen ist. Und das war wohl hier relativ eindeutig klar. Das einzige Beweisproblem war halt, dass der Täter vorgetragen hat, der sein Opfer habe sich mit dieser Seilwinde selber hängt. Denn dann wäre ja gar keine Strafbarkeit. Das war aber, das hat das Gericht halt nicht so gesehen. Und einfach, weißt du, auch diese Marginalie, die sind da beide in diesem Raum. Der eine will sterben, der andere will ihn töten. Ob jetzt der eine die Seilwinde dreht oder der andere macht dann den Unterschied zwischen lebenslang oder straffrei. Obwohl der andere es ja mit Einwilligung und auf Wunsch des einen tut. Das ist doch einfach blöd. Nee, irgendwo musst du die Grenze ja setzen. Ja, klar. Und ich würde sie halt in diesem Fall anderswo setzen. Lieber Konstantin, so kommen wir nicht zusammen. Aber das macht ja auch gar nichts. Denn allzu häufig wird es diesen Fall hoffentlich nicht geben. Das scheint mir eine Situation zu sein, die Gott sei Dank wirklich nur alle zehn Jahre mal vorkommt oder so. Genau. Und dann vom Bundesgerichtshof entschieden werden muss. Wir kommen jetzt zu einem sehr politischen Thema und eher nüchterner. Naja, so nüchtern ist es gar nicht. Es geht um die AfD und vor allen Dingen die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, die jetzt sich eine ordentliche Rüge vom Bundesverfassungsgericht eingefangen hat. Ja, als Reaktion auf eine Pressemitteilung, die sie 2015 veröffentlicht hat. Man muss das erstmal so ein bisschen nachherzählen. Denn 2015 hat die AfD, wie sie das immer so tut, zu einer Demo aufgerufen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung unter dem Motto Rote Karte für Angela Merkel. Und das Ganze, dieser ganze Aufruf war natürlich immer so in diesem typischen AfD-Sound verfasst, relativ polemisch, relativ. Die Regierung irgendwie sehr scharf angegangen und so weiter. Und dann hat die Bildungsministerin Johanna Wanka sich auf Seiten von Angela Merkel geschlagen, auf ihrer Homepage eine PM veröffentlicht. Eine Pressemitteilung. Eine Pressemitteilung veröffentlicht. Mit der Überschrift Rote Karte für die AfD. Und da eben reingeschrieben, die AfD sei, also so sinngemäß würde rechtsextreme Positionen vertreten. Das sei unerträglich, wenn diese Partei Zuspruch erfährt und so weiter. Genau. Und auch davor gewarnt, an dieser Demonstration auch teilzunehmen. Das war sozusagen der Aufruf, sich davon fernzuhalten. Sinngemäß zumindest. Ja, genau. Und jetzt könnte man erst mal denken, ja, wo soll denn hier überhaupt das Problem sein? Das ist doch total klar, dass Politiker in anderen Parteien, zumal wenn sie zuvor von der AfD angegangen werden, dann eben auch sagen, dass sie die AfD doof finden und dazu aufrufen, sich denen nicht anzuschließen und so weiter. Das ist doch total alltäglich. Warum beschäftigt das das Bundesverfassungsgericht? Ja, aus folgendem Grund. Es macht eben einen Unterschied, ob man einfach nur in einer anderen Partei ist oder ob man Teil der Regierung ist. Denn die Idee ist zu sagen, die Regierung hat ja Macht. Die kann, die hat alle... Die Exekutive, ne, letztendlich setzt durch. Die hat zahlreiche Möglichkeiten, die Parteien nicht haben und deshalb darf die in den politischen Meinungsbildungsprozess nicht eingreifen. Ja, man könnte sich das ja jetzt sozusagen mal irgendwie in einem tausendmal krasseren Beispiel vorstellen. Wenn die Regierung erlässt ein Gesetz des Inhalts, Wahlplakate für die AfD sind verboten und müssen abgerissen werden und setzt die Polizei darauf an, die zu entfernen. So, ja, dann versteht man, glaube ich, auf einmal relativ schnell. Also ich meine, das müsste dann zwar das Parlament auch noch verabschieden und so, aber der Punkt ist, glaube ich, trotzdem klar. Deshalb darf die Regierung sich da nicht einmischen. Und hier war eben einfach die krasse Situation, dass Frau Wanker das eben nicht etwa in einem Bierzelt gesagt hat oder womöglich in einer Talkshow oder wo immer sich Politiker äußern können, sondern tatsächlich in einer relativ offiziellen Verlautbarung auf ihrer Internetseite unter dem Emblem der Bundesregierung sozusagen. Genau, also denn es ist Frau Wanker natürlich immer noch unbenommen, sich als Privatperson oder wohl eher als Parteipolitikerin zu äußern, im Gegensatz zu als Ministerin. Hier war die Verortung dann aus den gerade von dir schon genannten Gründen relativ klar. Das kann natürlich im Einzelfall auch schwierig sein. Also wenn jetzt ein Politiker in einer Talkshow sitzt, als was redet er dann? Redet er dann als CDU-Mitglied, als Bundestagsabgeordneter, als Minister, als Bürger? Ja, da muss man halt immer genau hinschauen. Es gab in der Vergangenheit schon diverse Entscheidungen, die auch so ähnliche Probleme gestreift haben. Einmal zum Beispiel, da kann man sich vielleicht noch daran erinnern, die Lichtausaktion des Kölner Bürgermeisters. Das war quasi, ich glaube, während einer, nicht Pegida, aber es war so ein Pegida-Ableger, Dügida oder so. Demonstrationen hat er dann dazu aufgefordert, alle Bürger ihre Lichter auszumachen und auch die Stadtbeleuchtung abgeschaltet. Das wurde ebenfalls vom Bundesverwaltungsgericht, meine ich zumindest, als eben rechtswidrig eingestuft, weil er, Bürgermeister ist ja gleichermaßen sozusagen Verwaltung, Exekutive, sich da eben in unzulässiger Weise in den politischen Meinungskampf eingemischt habe. Anders natürlich beim Bundespräsidenten. Ich glaube, da war es Gauck, der bei einem öffentlichen Auftritt die NPD als rechte Spinner oder so ähnlich bezeichnet hat. Das durfte er nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, aber eben auch mit klarem Verweis auf die Sonderstellung, die der Bundespräsident im politischen System Deutschlands einnimmt. Das kann die Regierung so nicht für sich reklamieren. Und ja, das ist natürlich, da muss man schon sagen, da ist die Regierung so ein bisschen in die Falle getappt. Richtig. Und also das Bundesverfassungsgericht war jetzt auch sehr klar, hat eben einfach gesagt, so geht es nicht. Die Bundesregierung hat kein Recht auf Gegenschlag. Das war so das zentrale Zitat von Herrn Voskuhle, das er gestern bei der Urteilsverkündung veröffentlicht hat oder gesagt hat. Und ganz klar, die hat für sie gelten andere Regeln als für die AfD, die toben kann und polemisieren kann, wie sie möchte. Die Bundesregierung als solche darf sich davon nicht provozieren lassen. Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst mit dem Recht auf Gegenschlag. Normalerweise hat man das ja im Äußerungsrecht, dass quasi, wenn man selber sehr scharf angegangen wird, man das dann auch mit gleicher Münze zurückzahlen darf. Und die PM der AfD war eben zuvor auch recht scharf gewesen. Aber das gilt für die Regierung halt nicht, weil man sagte, hier streiten zwei ungleichmächtige Kontrahenten und deshalb muss die Regierung sich zurückhalten, selbst wenn sie scharf angegangen wird. Sie kann natürlich sachlich erwidern. Sie kann zum Beispiel sagen, nein, nein, unsere Flüchtlingspolitik wird von der AfD falsch dargestellt oder ist viel besser als gedacht oder so. Aber damit hat es dann auch schon wieder sein Bewenden. Und es ist jetzt, natürlich die AfD feiert jetzt dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwie in irgendeiner Weise sich speziell schützend vor die AfD stellt, sondern es geht einfach um den Schutz von parlamentarischen Minderheiten und von der Opposition und so weiter. Davon haben in der Vergangenheit oft linke Parteien profitiert. Und jetzt profitiert eben die AfD davon. Und das ist in einer Demokratie so ja irgendwie auch legitim. Und es ist offen, es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass sich das jetzt gerade ein bisschen häuft. Also wie gesagt, die Sache aus Köln hast du schon angesprochen, jetzt eben das Bundesverfassungsgericht. Es ist eben mit Pegida und dem Erstarken der AfD in eine neue politische Situation jetzt hier eingetreten. Und offensichtlich suchen die Parteien und auch die Bundesregierung noch ihren Weg. Und überdreht es eben manchmal. Und das wird sich in Zukunft ändern müssen, das muss man sagen. Also ich jedenfalls halte das Urteil vom Bundesverfassungsgericht für absolut nachvollziehbar und auch richtig. Und das wird die Bundesregierung beherzigen müssen und es wird dem Diskurs wahrscheinlich auch wirklich guttun. Denn jetzt findet er eben im Parlament statt und da wird er auch heftig geführt. Da ist ja auch der richtige Platz dafür. Richtig. Okay, ich glaube, das haben wir abschließend besprochen und kommen dann zum letzten Thema des heutigen Tages. Genau, diesmal geht es um den Bundesfinanzhof und da vielleicht mal vorneweg, bevor wir jetzt uns in die Steuernachzahlungen vergraben, die wirklich übrigens für viele durchaus relevant sind, also da nochmal die Ohren spitzen. Aber vielleicht nochmal der Hinweis, ich habe jetzt auch im Vorgriff auf die Recherche, habe ich mich nochmal orientiert daran, was Rudolf Mellinghoff so twittert. Und das ist übrigens, wie richtig bin ich gerade dabei, denn Rudolf Mellinghoff ist der Präsident des Bundesfinanzhofes und tatsächlich der Bundesrichter, der am häufigsten und auch am interessantesten twittert. Also wahrscheinlich ist er der Einzige, der twittert. Mir ist sonst auch jetzt kein anderer geläufig, aber der ist da sehr aktiv. Der ist extrem aktiv und retweetet Artikel und macht auch mal eigene Kommentare und das finde ich immer sehr hilfreich. Also man stößt auf das eine oder andere, was für Steuerpflichtige total interessant ist. Und ich habe ihn deswegen auch schon mal in einem Artikel als den Twitter-König der Bundesgerichte bezeichnet und würde das an dieser Stelle nochmal tun und doch bitte alle Steuerpflichtigen in Deutschland auffordern, die einen Twitter-Account haben, Rudolf Mellinghoff. Follow Rudolf Mellinghoff. Ja, lohnt sich wirklich. Ich folge ihm auch. Kann es nur empfehlen. Genau. Finde ich auch sehr erfreulich, dass halt ein Bundesrichter noch dazu, sogar ein Gerichtspräsident, irgendwie sich halt so offen zeigt und an diesem Diskurs teilnimmt und man kennt das ja, wie Twitter funktioniert. Jeder kann den da anschreiben. Also der ist natürlich nicht gezwungen zu antworten auf alles, aber so prinzipiell ist das eine sehr offene Plattform und das finde ich schön, wenn die Justiz da auch vertreten ist. Genau. Und jetzt kommen wir zu einem Urteil, was in seinem Hause gefallen ist und das sich dreht um die berühmten 6%. Es gibt tatsächlich noch Zinsen von 6% in Deutschland. Also sollte man nicht meinen, seit Jahren leben wir schon in einem Nullzinsland. Aber 6% Zinsen werden tatsächlich noch erhoben und zwar von Steuerpflichtigen, wenn sie ihre Nachzahlung leisten. Also es kommt, wenn es dicke kommt, kommt es sehr dicke, nämlich man bekommt eine Steuer, die Aufforderung, einen Steuerbescheid, eben Steuern nachzuzahlen, ein Betrag X und dann kommt eben nochmal die 6% drauf und das hat schon viele Steuerpflichtige erzürnt. Übrigens insbesondere Freiberufler eben, die ja doch eine sehr unstete Steuerlast haben, mal ist es ein bisschen höher, mal ist es ein bisschen niedriger und das kann sich von Jahr zu Jahr eben ändern und ist auch durchaus unvorhersehbar und dann kann es schon mal zu solchen Nachzahlungen kommen und die werden dann eben garniert mit diesen 6%. Und das wurde jetzt bis zum Bundesfinanzhof getragen und mit dem Hinweis, das sei schlicht ungerecht, dass der Staat hier absahnt und das tut er übrigens wirklich ganz erheblich. Die, also bis zu zwei oder ich glaube sogar mehr als zwei Milliarden Euro nimmt er auf diesem Wege zusätzlich ein. Und man muss dazu sagen, es gilt halt auch in die andere Richtung, also wenn der Staat Steuern zurückzahlen muss, gibt es auch die 6% plus, dann ist das natürlich eine hervorragende Anlage gewesen, die man wahrscheinlich auch nicht selbst mit hanebüchenen Anlageformen noch toppen kann, aber offensichtlich ist es ein Geschäft, was vor allen Dingen zugunsten des Staates läuft, also der profitiert im Wesentlichen davon und Steuerpflichtige nur hin und wieder. Also wie gesagt, große Ungerechtigkeit, so wird es von vielen empfunden. Und das wurde ja eingeführt zu einer Zeit, als das Zinsniveau eben noch deutlich höher war und da konnte man ja argumentieren, naja, dem Finanzamt ist dieses Geld ja quasi, oder der Zinsgewinn, den es aus diesem Geld andernfalls gehabt hätte, zeitweise entgangen, weil du zu spät gezahlt hast und ja gut, ich meine 6% war der Zins auf dem Girokonto zwar auch damals nicht, aber jedenfalls war er näher dran, so da wirkte das noch etwas nachvollziehbarer, aber inzwischen kommt es einem echt wie Abzocke vor und da kommt dann, wenn du für ein, zwei Jahre nachzahlen musst und dann nochmal 6% drauf, das ist fast wie eine zusätzliche Steuer. Ja, es ist eine zweite oder eher eine zusätzliche Steuer, es wäre ja nicht nur die zweite, sondern man zahlt ja doch schon etliches. Und das Interessante ist eben, der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, das Ganze ist verfassungsgemäß und deswegen hat er keine Veranlassung gesehen, das nach Karlsruhe zu tragen zum Bundesverfassungsgericht. Hat gesagt, das Ganze ist gerecht, hat sich da übrigens angeguckt, wie die Steuern, wie die Zinsen sonst so liegen. Also das Ganze ist ja ein typisierter Zins, das ist jetzt vom Format jetzt auch gar nicht so unpraktisch. Natürlich kann man nicht jetzt für jeden Einzelnen immer den aktuellen Zinssatz veranschlagen. Das wäre einfach unpraktikabel, obwohl es natürlich die gerechteste Lösung wäre, aber es wäre natürlich unpraktikabel und deswegen ist es schon sinnvoll. Ja, ich glaube, da macht es die Verwaltung sicher auch ein bisschen leicht. Das wäre, finde ich, jetzt gar nicht so schwierig. Man kann ja erfassen, wie das Zinsniveau zu Zeitpunkt X jeweils war. Das kann man bestimmt auch automatisch irgendwie machen. Aber es ist schon auch nicht einheitlich. Also du hast natürlich, also was die auch da gemacht haben, ist, mal sich die Spanne anzusehen, die in diesem konkreten Fall eine Rolle spielt. Ich glaube, es ging um das Steuerjahr 2013 und da haben sie eben festgestellt, die Spanne lag irgendwo zwischen 0,15 Prozent und tatsächlich 14,7 Prozent. Wobei man da sagen muss, die 14,7 Prozent waren jetzt Zinsen, die genommen wurden auf kurzfristige Kreditkarten schulden. Und das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Also da muss man sich eigentlich, finde ich ehrlich gesagt, auch in diesem Fall durchaus kritikwürdig, dass die so weit hochgegriffen haben, weil das ist eigentlich, man müsste sich die langfristigen Zinsen eben angucken. Und dann wäre man ganz bestimmt nicht bei 14,7 gelandet, aber jedenfalls haben sie das so gebilligt. Und es ist eben auch deswegen übrigens als Hintergrund nochmal besonders eine Belastung für Betriebe, für die Wirtschaft. Also letztendlich betrifft das jeden kleinen oder auch großen, großes Unternehmen, weil das häufig bei Betriebsprüfungen eben eine Rolle spielt. Also und da ist es eben so, dass die ja auch Jahre später noch durchgeführt werden können. Dann kommt das Finanzamt, guckt sich das eben an und sagt, naja, hier die Steuererklärung war nicht richtig, was übrigens auch kein großes Wunder ist. Es gibt selbst gestandene Finanzexperten, die sagen, es ist faktisch unmöglich, eine richtige Steuererklärung abzugeben. Jedenfalls, wenn man jetzt ein bisschen mehr zu versteuern hat, als einfach nur ein einfaches Arbeitnehmereinkommen, sondern im Betrieb mit tausend Dingen. Und dann kommt die Betriebsprüfung und das Finanzamt sagt, jetzt wollen wir aber so und so viel tausend oder gar Millionen Euro Nachteilung haben und das eben dann rückwirken für den entsprechenden Zeitraum. Und das wird dann eben einfach teuer. Das Interessante ist, dass die ganze Sache jetzt also vom Bundesfinanzhof abgeschlossen ist. Die haben nicht vorgelegt, aber es hängt ein anderer Fall vom Bundesverfassungsgericht und der hat sich schon auf der Lügenliste übrigens gefunden. Aus der letzten Sendung. Falls euch der Brief nichts sagt, könnt ihr das da mal nachhören. Richtig, also da sieht es so aus, als würde sich das Bundesverfassungsgericht die Sache nochmal ganz explizit angucken. Aber es ist übrigens auch so, dass der Gesetzgeber jetzt nicht gehindert ist, eine rechtspolitische Entscheidung zu treffen und vielleicht da mal eine Änderung herbeizuführen und vielleicht die Zinsen ein bisschen zu senken. Ja, vielleicht auf, ich glaube, es stehen so Forderungen im Rahmen von vier, maximal fünf Prozent, vielleicht sogar eben noch niedriger. Das tut natürlich dem Staat weh. Ist sich schon ein, zwei Milliarden, die man dann nicht hat, ist natürlich schade. Aber es wäre im Sinne der Steuergerechtigkeit ja wohl durchaus angebracht. Mit diesem Appell an den Gesetzgeber wollen wir jetzt sozusagen die Themen beschließen. Und kommen zum Abschluss noch zu etwas Leichtherzigerem. Ich glaube, nachdem wir jetzt den Stückelmörder und Steuerrecht hatten, tut das auch wirklich Not. Und zwar haben wir ja in der letzten Sendung schon den Pöbelpoeten vorgestellt. Dieser Mensch, der eine Richterin in Gedichtsform beleidigt hat und es rollten sich einem beim Zuhören so ein bisschen die Fußnägel auf, weil es einfach so fürchtbar schlecht war. Genau, da könnte man übrigens auch nochmal darauf hinweisen, dass wir wirklich einen ganz hinreißenden Kommentar und einen Hinweis bekommen haben von einem Hörer, der uns darauf hinwies, dass das Ganze von der Kleinstrafkammer gehört wurde, dieses Verfahren und deswegen die Revision nicht etwa beim BGH landet, sondern beim OLG. Auf diesen Hinweis, der sich sozusagen eines Praktikers, das wollten wir hier gerne nachliefern, denn natürlich die Praxiserfahrung fehlt uns beiden ein wenig. Und deswegen kam es zu diesem Lapsus meinerseits. So, und jetzt wollen wir euch aber nochmal ein Beispiel vorstellen, wie man es besser machen kann. Ja, denn man mag es kaum glauben, es ist aber so, als Richter ist man prinzipiell nicht gehindert, sein Urteil auch in Versen zu verfassen. Ja, also zumindest steht es irgendwo im Gesetz, dass man das nicht tun dürfte. Es gibt zwar bestimmte Formvorgaben für Urteile, aber die kann man ja prinzipiell auch dann einhalten, wenn man reimt, zumindest wenn man gut ist. Ja, und dieser Richter hier war es, finde ich. Die Entscheidung ist schon deutlich älter. Wir versuchen eigentlich beim gerechten Urteil meistens aktuelle Sachen zu machen, aber bevor wir euch langweilen mit Dingen, die nicht so spannend sind, erzählen wir euch lieber lustige Sachen, die ein bisschen länger her sind. In diesem Fall ist es aus 2007. Und der hatte also einen Fall auf dem Tisch, der ihn sozusagen zu kreativen Höhenflügen beschwingt hat. Der Sachverhalt war schon so ein bisschen absurd. Es ging irgendwie darum, dass eine ehemalige Angestellte einer Spielbar, die gekündigt worden war, sich jetzt ihren ehemaligen Arbeitgeber verklagt hat, er möge den Grund für die Kündigung nicht weiter verbreiten. Denn der Grund für die Kündigung war, dass sie sich in dieser Spielbar angeblich prostituiert hat, also mit den Kunden gegen Geld sex hatte. Und das fand sie natürlich irgendwie ehrenruhig und so weiter. So, um jetzt erstmal den Ausgang der Entscheidung, also der Richter fand das offenbar alles ganz lustig und hat deshalb sein Urteil in Reimen geschrieben, um mal den Ausgang vorweg zu nehmen. Die Klage, wie die Kammer findet, ist vollumfänglich unbegründet. Auch wenn es der Klägerin missfällt, es gibt für sie kein Schmerzensgeld. Und jetzt muss man das hier mal so ein bisschen um den Sachverhalt darzustellen. In dem Prozess behauptete nunmehr der Beklagte, dass es die Klägerin dann wagte, so neben ihren Aufsichtspflichten noch andere Dinge zu verrichten. So habe sie sich nicht geniert und auf dem Hocker masturbiert. Was dabei auf den Hockertroff befände sich im Hockerstoff. Die Spielbar sei aus diesem Grunde als Russenpuff in aller Munde. Und den Hockerstoff übrigens erreichte ihn den Gutverpackten bereits zu den Verfahrensakten. Ja, also der hat allen Ernstes den Bezug dieses Hockers abgemacht und eingereicht, um damit Dinge zu beweisen, die ihr euch ungefähr ausmalen könnt. Allerdings musste darüber gar nicht Beweis erhoben werden, denn es kommt letztlich darauf an, ob es der Beklagte selbst, also er also gleichsam fantasierte, wie sich die Klägerin gerierte. Und deshalb bleibt auch unergründet, was sich im Hockerstoff befindet und ob die Zfolgen sahen und hörten, was den Beklagten sie erklärten. Nein, der Beklagte muss mitnichten ein hohes Schmerzensgeld entrichten. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, diese Entscheidung. Das waren jetzt nur einzelne Zitate daraus, weil er es wirklich hingekriegt hat, irgendwie es erstens rechtlich richtig zu entscheiden und zweitens auch irgendwie in ganz, ganz lustige und das Versmaß wahrende Reime zu verpacken. Wir packen euch die Entscheidung übrigens, wie ihr ja inzwischen das schon von uns so gewohnt seid, in die Shownotes. Und ergänzen noch eine Sache. Sie haben dann tatsächlich Berufung eingelegt gegen die Entscheidung. Die Berufungsinstanz war ein bisschen humorbefreit und erkannte in dem Verfassen in Versen einen wesentlichen Verfahrensmangel, hat die Sache aber trotzdem nicht aufgehoben, weil sie gesagt haben, ja, aber im rechtlichen Ergebnis ist es halt gerade richtig und deshalb bleibt das Urteil bestehen. Also ein gerechtes Gedicht hier zum Schluss. Und ein gerechtes Urteil, beides in allem, genau. Genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt, wünschen noch eine schöne Restwoche. Nicht zu viel Ärger mit dem Dieselfahrverbot. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, allerdings erst am Donnerstag, weil ich auf Dienstreise bin. Du bist unterwegs. Ja, da müssen wir uns leider mal um einen Tag verschieben, aber das ist ja auch nicht weiter tragisch. Und natürlich schließen wir, wie steht es mit dem Appell, gebt uns doch Sternchen im iTunes Store. Schreibt gerne auch einen Kommentar hinein. Die Apple-Algorithmen sehen dann, wie dringend es nötig ist, diesen Podcast weiter nach oben zu spülen in den Podcast-Charts und dann sehen ihn mehr Leute und die Welt wird ein besserer Ort. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche, Donnerstag. Tschüss. Ciao.